Äh, excuse me. Ah, jetzt. Der Controller war noch nicht an. So, ich freu mich schon. Ich hab echt Bock. Die längere Stream-Pause hat mir wieder mal gezeigt, wie sehr ich eigentlich gerne streame. Oh ja, stimmt. Ich hab ja mit der besten Sache quasi aufgehört. Da sagt Midna direkt hallo. Jetzt haben wir nämlich diese epische Sequenz, die ich mir beim letzten Mal aufgespart habe. Also, jetzt direkt am Anfang. Geilo. So, warte mal. Äh, hallo. Warum kann ich meinen Bogen... Achso. Ich wollte gerade sagen, warum kann ich meinen Bogen nicht ziehen? Ist schwierig als Wolf. So, und letztes Mal hab ich ja dieses wundervolle Falkenauge hier. Übrigens nicht zu verwechseln mit dem Charakter aus One Piece. Dieses lustige Falkenauge. Freigespielt noch. Denn wir haben jetzt hier eine Wild-West-Stadt. Und dann können wir mit unserem Sniper-Bogen jetzt hier die... ...die Schergen unsicher machen. Geil. Düm-Düm. Düm-Düm. das? So. Jetzt können wir hier schön mit unserem Sniperbogen die Typen aus dem Weg schaffen. Das ginge natürlich auch ohne das Fadenkreuz. Aber wir können mit dem hier wesentlich näher zoomen. Und das macht das Ganze wesentlich leichter. Ich glaube, es sind am Ende 30 Gegner, glaube ich. Yeah. Da zittert ein Fenster. So, das war's doch nicht, oder? Da, guck mal da. Weg mit ihm. So, ich muss ein bisschen die Position wechseln. Kann ich auf so einen Turm eigentlich raufklettern? Elf sind es noch. Oder haben wir elf vernichtet? Ich glaube, wir haben elf vernichtet. Ich glaube, es müssten mehr sein. Man muss das natürlich auch nicht mit dem Bogen machen. Aber es ist natürlich mit dem Bogen wesentlich lustiger. Als Kind habe ich das ziemlich gefeiert, dass man hier plötzlich einfach so eine Sequenz im Wilden Westen hat. Und die Musik ist halt großartig. Also, man sieht mich gar nicht. Ich habe ja eben wegen der Katze nicht ausgeblendet. So, wartet mal. Das war's noch nicht. Hier sind noch mehr. Aua. Gibt es hier eigentlich noch irgendwelche Sachen zu entdecken? Da habe ich noch nie drauf geachtet, glaube ich. ob man hier noch bestimmte Sachen finden kann. Oh. Ah. Sie schießen auf uns. Oh. Verdammt. Entschuldigt bitte. Ja, das müsst ihr heute ein bisschen aushalten. Meine Rumgeröchelei. Das kann ich leider nicht abstellen. Boah. Den habe ich nicht mal gesehen. Ah. Ja. Sehr gut. Der rechnet doch nicht mit uns. Die, 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 die. Hä? Komme ich hier nicht raus? Doch. Oh. Hier ist der letzte Heulstein. Kann ich den schon verwenden? Oh. Ich habe mich schon gefragt, wo wir den finden. Okay, entschuldige, Mitner. Mitner denkt sich erst mal, Alter, bist du doof? Ah. So, aber wo sind denn die restlichen sechs? Waren das nur 20? Ich glaube, es waren nur 20 und nicht 30. Ich habe gerade wieder einen gehört. Da drüben ist noch einer. Der hat sich gedacht, der kann sich verstecken. Ha. Oh. Ah. Den. Den macht mal sneaky weg. Oh. Wo hast du denn her? Putz. So. Vier noch. Drei noch. Ich sage ja, die Western-Musik ist super. Ah. Hehehe. Lucky Link schnießt, schnießt, schnießt schneller als deinen Schatten. Aua. Oh. Wenn ich jetzt noch treffen würde, Mensch. Tschüss. So, wo ist denn der letzte? Ist bestimmt irgendwo am Anfang noch. Würde mich zumindest nicht wundern. Ich hoffe auch, dass ich gleich Ruhe habe und den Stream genießen kann. Ja, das hoffe ich auch. Wann war er denn wach? Das war gar nicht so spät, ne? Eigentlich müsste er ja bald müde werden, oder? Nee. So, wo war ich denn jetzt noch nicht? Was macht denn? Was ist das für ein Blick, Link? Den Blick von Link gerade gesehen? Oh, relativ früh. Ja, dann schläft er vielleicht bald. Das wäre natürlich toll. Das würde ich dir wünschen. Wo hat er sich versteckt? Bestimmt hier hinten. Nee. Komm raus, komm raus, wo immer du auch bist. Nicht hier durch. Nee. Hä? Wo ist der denn? Der hat sich irgendwie verschanzt. Der hat keinen Bock. Weil wir seine ganzen Jungs schon weggemacht haben. Oh, da oben. Alter. Das ist schon ein bisschen frech. Glaub ich spinne. Oh. Ist das ein Mann oder eine Frau? Hast du etwa? Der Herr Retter. Du bist gekommen, uns aus unserer Not zu helfen. Bitte vergib mir, dass ich dir nicht die Tür geöffnet habe. Ich bin Impaß. Impaß? Impaß? Eine Bewohnerin. Ah, ist eine Frau. Okay. Eine Bewohnerin dieses Dorfes. Moment. Sie ist Impa. Halt mit einem komischen Z hinten dran. Das heißt, sie ist ja eine Sheikah. Das heißt, das hier war mal ein Sheikah-Dorf. So wie Kakariko. Also in Breath of the Wild war ja Kakariko ein Sheikah-Dorf. Hier in Twilight Princess nicht. Fällt mir aber so auf. Hm. Generell. Von den Sheikah kriegt man hier ganz schön wenig mit. Ich weiß generell nicht, ob die Sheikah immer so ein Ding waren. Ich weiß, bei Ocarina of Time waren die Sheikah ein bisschen präsenter. Und dann in Breath of the Wild. Aber sonst? Hm. Na gut. Hm. Ich wurde nach der altehrwürdigen Bauerin dieses Dorfes benannt. In diesem vergessenen Dorf lebte einst das Volk, das der königlichen Familie diente. Aber jetzt ist es verfallen. Und du siehst ja selbst, dass es an diesem Ort die schrecklichsten Dämonen ihr Unwesen treiben. Entschuldige bitte. Du sagtest, dein Name ist Link. Nicht wahr? Oh, ich ahnte es schon. Du hast dem jungen Mädchen geholfen, nicht wahr? Ach, wie schön. Als sie hier gefangen war, hat sie mir immer Mut zugesprochen und gesagt, du würdest bestimmt kommen, um zu helfen. Selbst als ich ihr half, aus diesem Dorf zu flüchten, machte sie sich noch Sorgen um mich, alte Frau. Aber ich warte hier auf königlichen Befehl hin, auf das Erscheinen einer bestimmten Person. Unter keinen Umständen kann ich mich diesem Befehl widersetzen und das Dorf verlassen. Würdest du ihr das hier bitte zurückgeben? So gab es mir alten Greisen, obwohl ihr so viel daran lag, dass sie es immer bei sich trug. Uh, Ilias Halskette. Die Alte, die Ilias gerettet hat, trug sie als Talisman. Ein wichtiger Schlüssel zu Ilias Erinnerung. Jawohl. Ich glaube, es hat mich die ganze Zeit beschützt. Bitte, gib es ihr unbedingt zurück. Mach ich. Selbstverfreilich. Ah. Sehr schön. Okay. Haben wir das auch erledigt. Jetzt noch ganz schnull den Heulstein. Und dann... Warum ist hier eigentlich ein einzelnes Huhn? Hm. Suspicious. Na gut. Achso, ich muss ja Wolf sein. Hä? Was für Leute? Hier ist überhaupt niemand. Darf ich den Stein noch nicht aktivieren, oder wie? Was ist denn das für ein Quatsch? Wir sind überhaupt keine Leute. Okay, wartet mal. Muss ich erst einmal komplett raus? Scheint so. Okay. Doch ihr. Stimmt, ja. Ihr dürft die Verhandlung nicht sehen. Ist ja nicht so, als hättet ihr sie schon zigmal gesehen. Dann mach ich das einfach so. Oh. Oh nein. Meine Verbindung zum Chat ist weg. Warum? Jetzt bin ich wieder da. Sag mal, heute ist wirklich der Wurm drin. Ich kann euch wieder lesen. Ich bin wieder da. So, wie komm ich denn jetzt da hin? Warum muss ich erst einmal raus? Ist ja auch Quatsch. Okay. Na gut. Achso, ich muss jetzt mal zuhören. What? Was ist das für ein Lied? Okay. Okay. Hier. Normaler. Irgendwie so? Ne, noch nicht so ganz. Rippt mein Gedächtnis. Ja, das ist ohne Scheiß. War noch schon nach den ersten drei Tönen raus. Das geht mir aber auch so. Das ist ganz schön tricky. Warum übersteuere ich denn heute so hart? Ich hoffe, das ist für euch nicht so schlimm. Bei mir schlägt die ganze Zeit das Mikro rot aus. Liegt das an meiner männlichen, tiefen Stimme heute? Weil die so schön rauchig ist? Wo stehe ich jetzt meine Tasse hin? Da. So, noch ein Versuch. Stop this. Okay, Entschuldigung, Entschuldigung. Nee, noch mal. Nee. Hä? Nochmal. Nochmal. Doch, ich war richtig. Ich habe es nur irgendwie nicht richtig gemacht. Ich habe es nur irgendwie nicht richtig gemacht. Ah. Das Ende. Nein. Let's go. Ich habe es nur noch mal. Beautiful. Einfach beautiful. Darauf erstmal in Prost. Zum Wohl. Und danke fürs Trinken. Mit dem Schwert in der Hand. Warte. Jetzt mit der tiefen Stimme. Mit dem Schwert in der Hand. Sollst du nach mir suchen. So kann ich mir die Stimme von dem vorstellen. So. Direkt am Schloss. Oh, okay. Interesting. So, jetzt ab nach Kakariko. Warpen. Ab geht's. So, nehmen wir doch schon mal die Kette in die Hand. Ich frage mich gerade, ob jetzt Ilias Gedächtnis komplett zurückkommt. Ist schon ein bisschen länger her. Ich kann mich nicht erinnern. Hallo. Da bin ich wieder. Guten Tag. Ich habe Ihnen was mitgebracht. Schauen Sie mal, junge Dame. Ich habe. Ich. Du. Wir. Kennen uns. Nicht wahr? Sorry Leute, meine Nase ist gerade zu. Ich muss kurz die Nase putzen. Danach lese ich weiter vor. Ich. 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 Na ja. Hat jetzt nur mäßig geholfen. Ich erinnere mich... Oh Gott, das ist ja furchtbar. Ich kann keine hohen Töne, keine hohen Stimmen mehr machen mit verstopfter Nase. Es roch nach Gras. Das war vor langer Zeit. Wir waren beide noch Kinder. Ja, du warst immer an meiner Seite. Oh, Tränen. Damit habe ich jetzt nicht gerichtet. Link, du bist es. Gott, ich kann nicht mehr hervorlesen, Leute. Stimme ist im Arsch. Ja, sie erinnert sich. Oh Gott, dieses gruselige Grinsen von Link. Oh Gott. Und jetzt, KISS. Genau das. Du erhältst die törnerne Flöte. Ilja hatte sie für dich und Epona angefertigt. Lege sie auf deine Tasten, um Epona zu rufen, wenn du im Freien unterwegs bist. Ich warte hier auf dich. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Oh, shit. Link, du erinnerst dich doch an diesen Stab aus den Wolken, von dem ich dir erzählt habe, oder? Weißt du, es ging dabei eigentlich um einen Herold der Wolken, der einen Stab bei sich hat. Diese Alte, die mir geholfen hat zu fliehen, hat mir davon erzählt, in der Heimat dieser Frau wird seit langem etwas aufbewahrt, das der Herold der Wolken braucht. Und sie wartet auf sein Erscheinen. Es handelt sich um etwas, dass nur dem Herold der Wolken, der einen Stab trägt, ausgehändigt werden darf. Deshalb konnte die Alte auch ihr Dorf nicht verlassen. Link, hast du denn keine Ahnung, wo dieser Herold der Wolken, der einen Stab bei sich trägt, sein könnte? Der Herold der Wolken? Kann das sein, dass sie mich meint? Ich habe einen Stab. Oh Gott, meine Nase, ey. Es tut mir wirklich leid. Das hier? Ne, das kann ich ihr nicht zeigen. Okay. Jetzt bin ich gerade echt überfragt. Muss ich jetzt nochmal zu dem hier? Ich habe seinen Namen vergessen. Stein, Statuen, Worte, die das Siegel lösen. Ein Stab aus den Wolken. Ich verstehe irgendwie gar nichts mehr. Elias Erinnerungen sind unser einziger Hinweis zu dieser Stadt in den Wolken. Link, kannst du nicht irgendetwas unternehmen? Ja, ich habe hier was. Guck mal. Da. Okay, das will er nicht. Okay, also er ist nicht gemeint. Herold. Herold der Wolken. Ich habe keine Ahnung, was hier mit Herold der Wolken meint. So. Kann ich jetzt nochmal den anderen sprechen? Wenn ich jetzt gerade eher hier bin. Vielleicht sagen die anderen irgendwas. Ich muss hier immer mitzummen. Das ist ganz furchtbar. Aber ich mag die Melodie halt einfach. So, was ist denn? Ich rede mal mit ihm hier. Mit Leonard. Übrigens, Link. In den Gatterkommens des Heiligtums ist gerade ein Bekannter von Thelma. Achso, das hatte ich schon mal erzählt. So, bin wieder da. Willkommen zurück. Und hast du das Kind zum Schlafen gebracht? Ich habe nicht so viel Geld. Das heißt, Spenden macht gerade wenig Sinn. Noch nicht ganz. Schade. Ich meine, es ist ja auch noch nicht so spät. Von daher. Tja. Was mache ich denn jetzt? Jetzt bin ich gerade echt überfragt. Gehe ich nochmal nach Hyrule? Daumen drücken. Sind gedrückt. Chat, einmal kräftig Daumen drücken, dass das Baby gleich schläft. Oh, die Nase ist wieder ein bisschen frei. Herrlich. Was für eine Erleichterung. So, warpen. Wir warpen uns mal nach Hyrule. Jeder Zelda-Fan, der hier zufällig in den Chat rein, in den Stream reinkommt und hört, wie ich Hyrule sage, der dreht instant wieder um, weil er sich denkt, Alter, was ist das für einer? Der weiß nicht mal, wie man Hyrule ausspricht. Oh, warte mal. Als Wolf soll ich da nicht reinlaufen. Hyrule. Genau. Schön mit Ü. Ah. Ich hoffe, der Briefträger kommt und hat einen Hinweis für uns. Nee, schade. Was ist denn mit Herold der Wolken gemeint? Den Stab habe ich ja. Ich verstehe nicht, was mit Herold der Wolken gemeint ist. Das ist das Ding. Fangbuch. Briefe. Ha. Was ist denn damit gemeint? Ich habe vielleicht, ich habe vielleicht eine Vermutung, was damit gemeint sein könnte. Was hier oben eigentlich? Achso, das ist Schneeland. Ähm. Porten uns nochmal. Ich würde eigentlich porten und nicht zum Wolf werden, aber egal. Warpen. Ich will einmal zum Hyliasee. Denn ich habe so eine vage Erinnerung. Und ich gehe da jetzt einfach mal nach. Ja. So weit zu dem Wolf können wir noch nicht. Den wir gerade freigeschalten haben. Dafür müssen wir erst wieder nach Hyrule rein. Und das geht aktuell nicht. Was ist denn da oben? Eine Truhe. Wie kommen die da hin? Und was macht die da? Hm. Herold von Hyrule. Jetzt sage ich selber schon Hyrule. Hyrule. Ne. Herold der Wolken meine ich natürlich. Schamani. Schadet nie. Boah. Ich habe keine Ahnung. Herold der Wolken. Ich habe halt auch nicht so was wie ein Questlock oder so. Oh. Kann ich ausstellen. Muss ich gar nicht. Google ich jetzt einfach? Ich glaube ich Google einfach. Der Schnelligkeit halber. Twilight Princess. Herold der Wolken. Wolken. Ja. Hier. Werbung. Ja. Das haben wir gemacht. Ja. Okay. Blablabla. Das haben wir auch gemacht. Das haben wir gemacht. Ah, okay. Hä, da wäre ich nie drauf gekommen. Wir lieben Werbung. Wieso kam gerade Werbung? Ist ja nicht schlimm. Ist ja gerade nichts passiert. Ich habe ja gerade nur kurz gegoogelt. Da wäre ich nie drauf gekommen. Sinlana, hey. Hey, und gleich im Lörg. Okay, vielen lieben Dank und hallo. Herzlich willkommen. Bei mir kam Werbung? Echt? Habt ihr Werbung gehört? Ich habe nichts gehört. Ich bin slightly verwirrt gerade. Ja, Sinlana. Herzlich willkommen und willkommen im Lörg. Viel Spaß. Ist gerade ein bisschen wild. Habe ich das eben gesagt? Ich bin krank. Ich bin nicht zurechnungsfähig, Leute. Was habe ich gesagt? Ich muss noch mal... Wo war denn das? Ich muss noch mal zu dieser Alten. Ach genau, hier. Ich muss noch mal in das vergessene Dorf. Dann muss ich der Alten den Kopierstab zeigen. Dann kriegen wir das Dokument, was wir für Jago brauchen. Moin, ey. Der Faxi ist auch da. Ich grüße dich. Schönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Okay, weitermachen. Ja, es tut mir leid. Ich bin halt ein bisschen verwirrt. Und tatsächlich ist es manchmal so, manchmal labert man Sachen vor sich hin im Stream. Und hat eine Minute später vergessen, was man gesagt hat. Das passiert tatsächlich. Wenn man in so einem Sammelfluss ist, wo man einfach nur die ganze Zeit redet, was ja hin und wieder doch dann gerne auch bei mir passiert, sammelt man eben auch mal Sachen vor sich hin. Und kann sich dann Sekunden später nicht daran erinnern, was man genau gesagt hat. Wieso komme ich hier nicht hoch? Aha. Aber es kann sein, dass auf der Seite Werbung kam. Ja, das ist richtig. So. Okay. Vielleicht war das auch der Grund, warum ich mich vorhin nicht in den Wolf verwandeln konnte. Was ist das denn? Oh, Miezi's. Oh, wo kommt ihr denn her? Du gehörst jetzt mir. Nein, ist alles voll. Es ist einfach Katzen nach außen geworden. Miau. Ja. Die ist nicht so süß. Ich will die da. Das ist die Süße. Ah. Anzeichen von Vergesslichkeit. Ja, ja, ja. Das gehört halt leider dazu. Was ist denn? Mutti. Mutti. Kann ich da einfach reingehen? Ich kann da einfach reingehen. Das wusste ich gar nicht. Die spielen ja auch mit den Bällen. Großartig. Hab ich die... Ne. Ich wollte gerade sagen, die eine Katze hab ich jetzt nicht mit heingenommen. Sie ist ne crazy cat lady. Jetzt check ich's. Impa ist einfach ne crazy cat lady. Wie gut. Geht es dem Mädchen also gut? Ich kann dir nichts anbieten, aber fühl dich bitte wie zu Hause. Hier, guck mal. Ich hab da was. Oh, dieser Stab, ist das etwa der Kopierstab? Bist du etwa der Herold der Wolken? In meinem Volk erzählt man sich, dass vor langer, langer Zeit die Königsfamilie, als sie noch mit den Kumuladern verkehrte, von diesen einen Stab geschenkt bekam, dem eine seltsame Kraft inne wohnte. Diesen Stab bezeichnete man als den Kopierstab. Aber nur einem von der Königsfamilie anerkannten Herold der Wolken wurde es gestattet, diesen Stab zu tragen. Und unser Volk bewahrt auf Befehl der Königsfamilie seit langer, langer Zeit ein Dokument auf, das der Herold der Wolken braucht. Das hier ist dieses Dokument. Bitte nimm es. Jawohl, da ist es doch. Der Text enthält Lücken. Ja, das müssen wir erst mal... Catwoman. Nee, nicht Catwoman. Crazy Cat Lady. Genau, in der alten Sprache der Kumulader geschrieben. Ich bin so froh, dass ich hier geblieben bin. Wenn ich dieses Mädchen nicht getroffen hätte, wäre alles anders geworden. Das Zusammentreffen mit ihr muss eine göttliche Fügung gewesen sein, um dich von diesen Dingen zu unterrichten. Ja, nice. Und jetzt... Jetzt kann ich wieder zu Iago und ihm das Dokument zeigen und dann repariert er nämlich unseren Stab. Und dann kommen wir wieder weiter. Können wieder Progress machen. Warpen. Ach ja, von den Katzen kann ich mich teleportieren. Das ist okay. Das ist ja wieder klar. Wisst ihr, wir Menschen, wir werden immer ausgegrenzt. Die Tiere, die machen ihr eigenes Ding. Die dürfen machen, was sie wollen. Und wir Menschen, wir werden einfach ausgegrenzt. So, Iago war da unten. Du, 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 du. Du, 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 du. Achso. Jetzt, wo ihr gerade da seid. Fabsio. Die obligatorische Frage, wie war dein Wochenende? Ich hoffe, du hattest eine entspannte Wochenendzeit. So, das habe ich. Und das brauche ich. Let's go. So, mein Lieber. Guck mal, was ich hier mitgebracht habe. Mach mal Luki-Luki. Oh. Was ist das denn? Oh. Sind etwa, sind das etwa kumulanische Schriftzeichen? Wo hast du das denn her? Ob das vielleicht die Worte sind, die das Siegel lösen? Also gut. Versuchen wir es. Also gut. Keine Reaktion. Vielleicht ist es nicht diese Statue. Danke, Link. Die Worte habe ich mir gemerkt. Ich gebe dir das antike Dokument erstmal wieder zurück. Ich denke, ich werde versuchen, den Zauberspruch an anderen Statuen auszuprobieren. Die anderen Statuen habe ich schon so oft besucht. Ich weiß auswendig, wo sie sind. Warte, ich markiere sie dir auf deiner Karte. Wenn du noch Fragen hast, komm einfach zu mir. Alle diese Statuen haben die Form einer Eule. Du wirst sie also leicht erkennen können. Wir treffen uns dann dort. Oh. Oh yeah. Der Kopierstab hat wieder magische Kraft. Mysteriöser Stab, der antiken Statue Leben einhaucht. Jawohl. Nice. Okay. Sehr gut. In diesen alten Dokumenten stand also der Zauberspruch, der diesen Stab zum Leben erweckt. Wenn wir hiermit wieder zu den steinernen Statuen gehen. Der Typ hat doch gesagt, er würde eine Markierung machen, wo wir die Statuen finden, oder? Also Link, gehen wir. Ich glaube, das Wochenende war okay und du bist krank geworden. Ja, ich bin leider krank. Man hört es wahrscheinlich. Also sogar mir fällt es auf. Dass ich sehr offensichtlich krank klinge. Deswegen befürchte ich, weil es mir nämlich jetzt auch schon, also es ist schon schlechter geworden, seit ich den Stream gestartet habe. Ich befürchte, ich mache heute nicht so lang. Weil dann streame ich lieber ein bisschen, als dass ich dann am Donnerstag krank bin und dann gar nicht mehr streamen kann. Weil ich einfach zu lang gemacht habe. Weil dieses dauerhafte Reden, das geht natürlich auch ziemlich auf die Stimme. So, okay. Äh, Karte. 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 Er hat mir die Statuen markiert. Wo denn? Ich sie es gar nicht. Oder ist das so eine Markierung? Nee. Hä? Hat er nicht gesagt, er macht mir Markierungen? Ach, die Fahnen sind die Markierungen. Ich habe gerade die ganze Zeit nach diesen Eulen-Statuen-Symbolen gesucht. Die Fahnen sind die Statuen. Ah. Okay. Also eine ist hier. Hier sind zwei. Frage ist halt, zu welchen wir müssen. Hier sind auch noch mal zwei. Hier ist keine, Gott sei Dank. Und eine ist in der Wüste. Ich glaube, wir klappern die jetzt einfach einmal alle ab, würde ich sagen, oder? Wir haben ja glücklicherweise zu den meisten die Portale relativ nah. Ich glaube, wir schaffen es heute vom Timing her wahrscheinlich nur bis zum Tempel. Dann werde ich wahrscheinlich beim nächsten Mal den Tempel machen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich schneller beim Tempel ankomme, aber... Die ganze Sequenz hier jetzt geht doch länger als ich gedacht habe. Nein. 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 Nein.